Game Keys und Game Cards. MMOGA. Dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Ich bin der Puppenspieler. Vorher auf, das Spiel beginnt. Sollte jemand ne Pommes? Nee. Rechts mal ne Bude. Ne Gude Bude? Aber denk dran, nur außer Haus. Meio, du fährst keine Hunde an. Nee, ich beschleunige jetzt wieder. Machst du auf die Betonung bereits? Ach, weil es vorne ein bisschen knapp wurde. Mhm. Weil es vorne auch nicht untergefahren wurde. Ja, ich bremse jetzt aber auch schon mal langsam runter. Merke ich. Wurde ein bisschen knapp vorne gerade. Der Auflager kam dir etwas näher. Ich habe doch gesagt, folgt die Lichter. Geh aufs Licht zu. Mach ich. Da müssen wir jetzt gleich noch einmal kreiseln. Bremsen wir schön mit dem Tempomaten runter. Ja. Ach, du musst die erste raus. Ja, okay. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Immer geradeaus. Wie endlich. Hallo? Was soll das denn heißen? Demnächst rechts abbiegen. Oh, Alter. Ich bin jetzt angehalten. Weil der Nick da stand. Upsala, Entschuldigung. Vorne wieder. Äh. Oh. Puh. 204 Kilometer habe ich noch. 333. Und wenn ich nicht mehr kann, dann gehe ich daran. Äh. Ich wollte gerade sagen, ich wollte gerade sagen, es ist jetzt gerade passiert. Ja, ich wollte gerade sagen, es wurde so still. Zaun. Ach nee, ist doch noch Platz gewesen. So, aktuelle Aufträge der Firma. Rieger, Östersund, Brünn, Budapest. Die werden alle nur länger nach Rieger hätte ich was. Nee, das liegt ja zurück. Nee, das liegt ja zurück. Nee, das liegt ja zurück. Dann fahren wir. Leer. Fahr noch ganz kurz zur Werft darüber. Ups. Vorwärts. Oh, so langsam bin ich aber auch froh, wenn wir da sind. Okay. Wir haben schon wieder fast halb acht. Ja, ja. Wo müssen wir denn jetzt hin? Ich fahr vor. Tallinn. Weltkart. Tallinn. Moment, ich muss Gerd erst aus dem... Hier rausnehmen. Wo genau Tallinn? Ähm. Rechts neben der Garage. Guck mal, hier ist sie. Diese kleine Sackgasse, okay. Werkstatt mit... Helsinki? Ich muss nach S.A.L. Kann ich gleich sagen, Moment. S.A.L. S.A.L. Ja, ich fahr euch dann einfach nach. War da. Ja, ja, ja. Muss nach. Äh. Demnächst rechts abliegen. Ah, ist da. Wiege nach rechts ab. Wo ich hin muss. Ja, S.A.L. reicht mir. Müssen ja eh dann mit der Fähre rüber. Ach Gott, ich darf einmal den grünen Bogen da hinfahren. Musst du zum Konzernerport oder was? Ähm. Oder wo musst du hin? Ja, da drunter. Das grüne? Ja. Alles klar. Immer geradeaus. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Da heizen die einfach los. Ja, ist es denn wahr. Nimm diese Ausfahrt. Glaubst du es kaum, ne, Gerd? Heizen die einfach los. Aber gut, dass ich leer bin. Ja, ich bin auch so gut wie leer. Die kann man schön rollen lassen, bis die kommen, ne, Nick? Joa. Es wird hell. Ich kann ihm glauben. Wie kommst du denn da drauf? Ja, ich muss ja meine bessere Beschleunigung durch einen längeren Weg ausgleichen. Ich muss ja meine bessere Beschleunigung durch einen längeren Weg ausgleichen. Und ich bin auch so gut. Immer geradeaus. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. nimm diese ausfahrt die hat gesagt und man kann aus dabei war das das nicht komplett durch den kopf fliegen sehen ich denke ich dass der nick das gesehen hat das hätte gar nicht sehen dürfen weil der kreisverkehr der kreisverkehr kam gerade sehr spontan für mich da habe ich gedacht nur jetzt nicht jetzt wirklich gebremst damit jetzt drüber geheizt ich glaube wir haben es alle gemacht werden sein nein ich bin nicht vorbeigefahren ich bin längst durch die walachei gefahren aber jetzt einfach 110 oder nicht die gerade runter auf 100 ich habe mir den als neu belegen eingestellt das wenn ich gehen für den tempomaten drücke dass er dann bei der geschwindigkeit neu einsetzt ja das ich habe beides ich habe entweder wiederaufnahme bei der vorher eingestellten geschwindigkeit oder neu einsetzen weil es immer geradeaus dann halt hoch und runter die kurve sah auf der karte jetzt schärfer aus als sie ist ich war nur zu voll zum bremsen also wee 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 im tiefflug im tiefflug im tiefflug im tiefflug rasen wir ich glaube die würden sich in der ortschaft wirklich bedanken wenn wir damit vier lkws mit hundern durchbretter rase naja kannst du mal so sagen kannst du aber so sehen gerd also vier lkws alle vier mit 100 sachen durch die ortschaft alle die renovieren wollten brauchen dann und können dann auf jeden fall auch direkt neu verputzen an der außen fassade ja ja putz ist ab hast du den alten putz würdest du schon mal abgetragen hast du haben sie sich die arbeit gespart ja und das kann man ganz einfach bestellen ja marionetten abriss unternehmen ja ja das könnten wir in der tatsache ja wir brauchen noch keine abrissbirne ich fahr einfach mit dem bagger ins haus ja 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 mittendrin statt nur dabei genau ich bin da sehr flexibel bitte rechts halten ja am kreisverkehr erste ausfahrt nehmen nimm diese ausfahrt aua aber klappt äh wieso fällt mayo rechts scheiße äh den weg habe ich bei mir nicht markiert hast du dich verfahren mayo nein ich muss nach tallinn den weg habe ich aber auch nicht weil mein navi fährt eine ganz andere strecke er denkt das ist gerade ein bisschen ungünstig gewesen da war ich leider ein bisschen schneller als du ne das hier ist die strecke ich bin gleich da okay nur noch hier die straße hoch dann rechts die nächste links und dann bin ich da dann hier auch runter ja okay das wird aber auch geradeaus deswegen bin ich ja geradeaus gefahren ja vielleicht wegen weil ihr schon helsinki oder so markiert habt dass er dann die andere route nimmt ich habe ja nichts weiter markiert bei mir noch naja ja machen wir schubs den tanz ne oh doch ich bin gerade grau hinter euch wenn da ich aus die nächste rechts abbiegen rechts im dritt ganz da vorne geht es rechts hinten ja ok deswegen muss man ja auch schon Kilometer vorher abbremsen und blieb wie geht ihr nach rechts ja ich bremse ja mit dem retarder äh äh was wird das jetzt hier dann habe ich die falsche firma markiert ok rechts halten und dann auswärts rechts nehmen oh geert jetzt wird es interessant nicht wirklich das wäre aber möglich gewesen ja ja krass dich durch wie gehen nach links ab oh geert das war aber knapp mit der Leihplacke hier sind wir auch in der Zukunft ja hi hallo wie gehen nach links ab hallo wir schaffen das sogar zusammen dadurch die enge Koffer abzubieten ja die Leihplacke hat aber auch sehr viel mit Gold ah links abbiegen und dann links abbiegen ganz wenig wie gehen nach links ab und dann das sind die 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 Vielen Dank.